Herzlich willkommen liebe Freunde des Fundraising Podcast Video mit einer weiteren Folge zum wichtigen Thema Großspenden Fundraising hier von der International Conference on Fundraising aus Vancouver in Kanada. Zum Thema Großspenden Fundraising hatte ich einen halbtägigen Workshop mit der Expertin Karen Osborne aus New York besucht und eine kleine Anekdote möchte ich in dieser Folge noch mit euch teilen, die sie uns erzählte. Ihr Sohn Bob Junior hat sein Leben lang in kleinen NGOs gearbeitet, in kleinen Institutionen, wo er alleine als Fundraiser für die Mitteleinnahmen zuständig war. Einmal hat Karen ihren Sohn dann gefragt, worin würde er denn am meisten Zeit und Geld investieren, um das Großspenden Fundraising voranzubringen. Seine drei Antworten waren zunächst einmal Wealth Screening. Also kurz gesagt und einfach gesagt, gucken wer in der Datenbank hat denn überhaupt das Potenzial, die Möglichkeiten eine große Spende zu geben. Zweitens Stewardship, Stewardship, Stewardship. Karen Osborns Mantra dazu auch Nothing raises more money than Stewardship except asking. Also die Beziehungsgestaltung aktiv in die Hand nehmen, mit dem Förderer den Weg gehen, nicht nur zu danken. Natürlich zu danken, das ist ein Schritt davon, aber eben auch wirklich in eine Beziehung, in eine persönliche Beziehung gehen. Und als dritten und letzten Punkt nannte Bob Junior, worin er Zeit und Geld investieren würde, Build the Best Board. Also den besten Vorstand sich zusammenstellen, wo Menschen drin sind, die gerne für die Sache arbeiten, aber auch die Möglichkeiten haben, selber eine große Spende zu geben. Sie sollten großzügig sein, die Board, die Vorstandsmitglieder und mehr dazu aber auch in dem Interview mit Karen Osborn, wo sie sehr ausführlich über Building a Board spricht. Damit herzlichen Dank fürs Interesse und ja, ein Spruch vielleicht noch von ihr zum Schluss. It's hard to raise major gifts without big ideas. Ich wünsche Ihnen allen große Ideen, damit sie große Spenden für ihre gute Sache bekommen können und diese Welt damit ein Stückchen besser machen können. Vielen Dank, Ihr Jan Ueckermann.